So meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon X and Y Wi-Fi Battles. Heute geht's gegen Mert aka den Didi Dancer64. Ja, und ein Underused Battle hat er mir vorgeschlagen und da habe ich mir natürlich nichts lumpen lassen und gesagt, Underused, mein Freund, kannst du haben. So, und mit einem Underused Battle gegen Mert geht's dann auch gleich los. Er fängt an mit seinem Killua, seinem Luxstra, Killua wahrscheinlich von Hunter x Hunter, ja. Ich kenne mich auch in diesem Anime-Business aus, ja, und wollte ich dann sehr schnell nochmal so anmerken. Und ich habe einen mit meinem Victini und das ist mein Scarf Victini und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass ich auf jeden Fall auch speeden werde und ich greife mit Kehrtwende an. So, Kehrtwende zieht da natürlich nicht so viel ab, wegen dem Bedroher unter anderem und vor allen Dingen, weil Luxra jetzt natürlich auch nicht so ein Pokémon ist, was so wenig aushält, aber er greift mit, zu meinen Erstaunen, mit Voltwechsel an. Und das hat mich so zur Überlegung gebracht, dass er auf jeden Fall eventuell auch gescarft ist, weil er ja einfach ohne nachzudenken drin geblieben ist. So, und er wechselt dann in sein Glutton hier. Das heißt, Momentum war halt in diesem Falle er für ihn. Fand ich ein bisschen blöd, weil Relaxo ist ein Pokémon, vor dem man Respekt haben sollte, ja. Und ich wechsel drauf in meinen Peter Parker, nur um dann zu sehen, dass er Bauchtrommel benutzt. Und Bauchtrommel ist wirklich, uh, ja, so ein Move. Ja, da kribbelt es mir im Bauch, weil es einfach gefährlich ist, ja. Und, äh, Bauchtrommel, damit hat er seinen Angriff jetzt maximiert und ich greife dann mit einem Sternenhieb an. Ich habe mal gekehrt und mit ein bisschen Glück hätte ich sogar ein K.O. bekommen können hier in diesem Fall. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber, ja, kann man halt nichts machen, ne. Manchmal ist es so und er greift dann im Selbenzug noch mit der Erholung an. Halt also der Sternenhieb war völlig umsonst. Und zusätzlich hat er noch die Chesterberry war das, glaube ich. Und im Zug darauf wollte ich halt nochmal mit Sternenhieb angreifen. Auf jeden Fall ein bisschen Schaden da drauf kriegen. Aber Sternenhieb misst natürlich. Yo, Sternenhieb war das. Nicht Sternenhieb, sondern Sternenhieb. Ha, ha, ha. Ja. Und, äh, keine Ahnung. Relax ist natürlich auf spezieller Seite sehr, ähm, defensiv. Und dementsprechend muss ich mit offensiven Moose hier arbeiten. Und falls dann irgendwie der Raze benutzt, dann kann das echt tödlich werden. Und das ist mein Choice Band Dodri. Dodri brenne ich echt gut. Und Choice Band, äh, Dodri mit Sturzflug haut natürlich auch auf jeden Fall keinen schlechten Schaden raus. Ja, aber dieser Schaden reicht natürlich bei weitem nicht, um Relaxo zu besiegen. Und das war schon echt schmerzhaft, dieser Sternenhieb misst. Weil der bringt mich jetzt in so eine Situation, in der ich auch noch meinen Victini opfern muss, wenn ich dieses Glutoni irgendwie aus dem Weg fetzen muss. Und da sieht man wieder, dass Relaxo auf jeden Fall ein Pokémon ist mit sehr, sehr viel Potenzial. Und das hat jetzt gerade nach einer Bauchträume bei EM3 offensiven Pokémon von mir ausgenockt. Und, ja, ich meine, was soll ich da jetzt machen, Leute, ne? Also, wirklich etwas dagegen kann ich nicht tun. Ich reg noch einen Bedroher raus. Wow, ist dieses Relaxo noch bei plus 5? Ist natürlich nicht schlecht, Herr Specht. Und ich greife dann irgendwie erstmal mit Luftschit an. Und Luftschit critted, wow! Nach dem Motto, damit kann ich noch irgendwie ins Spiel kommen. Aber man weiß ja die, ne? So, Illusion, mein Maskeregen, offensiv geskillt natürlich. Und er wechselt hier daraufhin wieder in sein Killua. Jo, und das zeigt mir ja... Hm, Kollege, ganz ehrlich, du bist auf jeden Fall gescapt, oder? Und ich wechsle dann in mein Draki, weil ich dachte, jetzt kommt eventuell wieder der Elektromove. Aber er greift natürlich mit dem Eiszahn an, ja? Und der Eiszahn, Leute, der zieht natürlich richtig viel ab, weil das ein Tandrak ist, was ja auch spezialdefensiv geskillt ist. Oder EV ist. Und dementsprechend macht das natürlich nicht so viel Schaden. Und ich dachte mir, ganz ehrlich, Eiszahn non-step, das kann doch nicht so viel abziehen. Und ich wechsle bei Zato, was physisch defensiv ist, aber er critted. Jo, er critted mich, ja? Als ob das noch nicht genug gewesen wäre, critted er mich. Und daraufhin ist natürlich ein zweiter Eiszahn K.O. Wenn dieser Crit nicht gewesen wäre, hätte ich mich mit Roost nochmal hochziehen können. Und mit Roost hätte ich, keine Ahnung, eventuell hätte ich sogar noch was machen können. Ich meine, ich habe Hitzewelle drauf, ich habe Nachtnebel drauf und... Ja, keine Ahnung. Ich hätte aber bestimmt noch irgendwas rausmogeln können, aber... Ja, daraufhin bin ich halt gezwungen, wieder in mein Illusion zu gehen. Und Illusion hält nach dem Bedrohung auf jeden Fall noch ein Eiszahn raus. Und das wusste ich. Und das ist für mich die perfekte Gelegenheit für einen Falterreigen. Mit Falterreigen bin ich jetzt auch schneller als dieses Luxra und greife mit Käfergeburmen an. Und Käfergeburmen reicht natürlich um dieses Luxra. Ja, ich will die ganze Zeit Kiloa sagen, aber es ist natürlich kein Kiloa, es ist ein Luxra, zu besiegen. So, und mit einem toten Luxra wechselt ihr dann auch in sein Vario, in seine Monobraue da, in sein Daman... Und das nocke ich dann auch noch mit einer Hydro-Pumpe aus. Ich meine, live auf Hydro-Pumpe ist natürlich ein K.O., ne? Ich habe keine Ahnung, warum er da reingewechselt ist, eventuell irgendwie nur, um live auf Schaden zu kriegen. Ich weiß es nicht, aber irgendwas wird er sich da bestimmt bei gedacht haben. Und daraufhin kommt Muten-Rollsteam, mit dem ich eigentlich hätte auch schon vorher gerechnet. Was war das denn für ein Satz, war auch krass. Fail, egal. Mit dem ich auch vorher gerechnet hätte. Und, äh, ja, natürlich ist es eine Mega-Entwicklung. Ich habe gemerkt, während des Kampfes, ich habe gar keinen Mega-Pokémon drin. Ja, das kommt natürlich auch von, wenn man fünf Minuten ein Pokémon-Team zusammenbastelt. Und, äh, ja. Käfer-Brum zieht zu meinem Erstaunen echt viel ab. Plus-1-Käfer-Brum ist, äh, gut, ich würde sagen, es waren über 50%. 55%, vielleicht sogar 60%, irgendwas dazwischen, würde ich sagen. Und, äh, daraufhin reicht natürlich eine Aqua-Welle, um meinen, äh, Maske-Regen leider zu besiegen. Und daraufhin kommt Tandrak ins Spiel. Und Tandrak wird dann natürlich von einem Dragon-Pulse weggebämst. Und, äh, das ist dann natürlich GG. Kann man nicht anders sagen. Äh, die Kombination aus dem Mist inklusive dem Crit hat da auf jeden Fall schon ein bisschen was ausgemacht. Natürlich nicht so mega viel, aber es hat auch schon auf jeden Fall was ausgemacht. Nichtsdestotrotz ist ein gutes Spiel. Das Relaxo hat mich echt erwischt. Also, da sieht man auf jeden Fall, dass man mit Relaxo nicht schwarzen sollte. Der Mist mit Sternenheap war natürlich echt blöd, weil, ja, muss nicht sein. Denn ansonsten hätte ich natürlich mit Victini sein ganzes Team nochmal ausspielen können. Und Victini wäre sehr wichtig gewesen. Ich meine, ja, keine Ahnung. Warum ich auch nicht den V-Generator benutzt habe, weiß ich auch nicht. Hätte ja sein können, dass dieses Relaxo Specksticht gehabt hätte. Aber V-Generator wäre dann noch eine gute Alternative gewesen. Anstelle von Cent Kopfstoß. Ich glaube, es hätte eventuell sogar gekillt. Ich weiß es nicht, ne? Muss ich mal gleich nachkalkulaten. So, und kannst natürlich auch mal gerne schreien, ob das Immunität hatte, das Relaxo, oder ob es Specksticht hatte. Yo. Ansonsten, ich möchte auf jeden Fall eine Revanche haben. So ein Battle lasse ich nicht auf mir sitzen. Letztens hat noch irgendeiner geschrieben, yo, du lädst nur die Kämpfe hoch, die du gewinnst. Ne, ist nicht so. Ich hatte in letzter Zeit nur einen guten Lauf und ich habe alle Kämpfe gewonnen. Nur hier kann man halt irgendwie alles wieder auf mich zurück, ne? Egal. Vielen lieben Dank für die Zukunft, Leute. Wenn euch die Besuche gefallen hat, dann gebt dem Video noch einen Daumen hoch. Würde mich sehr freuen. Auch so als kleinen Trost für mich. Ne, das nicht, aber yo. Würde mich natürlich sehr freuen und supporten. Underused Battle spiele ich am liebsten. Underused ist ein geiles Format. Viel cooler als Overused, finde ich jedenfalls. Das ist natürlich meinungssache. Uber finde ich auch geil. Yo, und meine Freunde, ansonsten haut rein, macht's gut, bleicht und fruchtig und ciao. Euer Regi.